wie bekomme ich meine bitcoin cash wenn ich das exodus wallet benutze exodus hat es angekündigt sie werden erstmal bitcoin cash nicht direkt als coin innerhalb des exodus wallets unterstützen aber wir haben eine relativ einfache und schnelle methode von dem team bekommen wie wir unsere bitcoin cash aus dem exodus wallet herausholen können wenn wir vorher vor dem ersten august bitcoin auf unserem exodus wallet liegen hatten also entweder gehen wir jetzt erstmal so in exodus rein und dann müsste bei euch wenn ihr das noch nicht auf version 1.3 1.0 geupdatet hat stehen neues update verfügbar oder irgendwas in der form und dann einfach auf upgrade oder update klicken das müsste relativ hier unten irgendwo angezeigt werden wenn es nicht angezeigt wird könnt ihr auch einfach auf die exodus.io seite gehen da könnt ihr dann oben rechts da ist ein download button hier oben rechts draufklicken und dann für das entsprechende system einfach herunterladen so und wir können einfach wenn wir dann in exodus uns eingeloggt haben unten auf help gehen einmal nach ganz unten scrollen und dann sind wir hier bei how do i claim my bitcoin cash einmal draufklicken dann klappt ein menü aus da wird dann erklärt was ich gerade eben auch erklärt habe von dem ersten august sollten wir bitcoin auf dem wallet gehabt haben und dann können wir eben bitcoin cash bekommen so der ganze prozess dauert ungefähr zehn minuten weil das wallet nach dem verfügbaren bitcoin adressen scannt und dann alle bitcoin cash zusammen zählt so wir können den ganzen prozess beginnen indem wir auf den grünen button hier unten klicken hier wird dann noch mal gesagt dieser prozess wird unsere private keys sicher halten und die normalen bitcoins werden dabei nicht gesendet das ist eben ganz wichtig ich habe auch noch ein zweites tutorial gemacht da behandle ich das thema wenn man seine bitcoin cash über ein paper wallet einbezieht und da ist es eben da ist es ein bisschen komplizierter weil man dann dort erst seine bitcoins auf eine adresse transferieren muss und dann muss man dann schauen dass das programm was man benutzt eben nicht auf die bitcoins auf die normalen bitcoins zugreift haben wir hierbei nicht hier ist alles easy einfach auf continue drücken und dann können wir auch schon eine adresse angeben und was könnten wir da rein theoretisch angeben shapeshift io unterstützt jetzt auch bitcoin cash hier können wir dann beispielsweise bitcoin cash als einzahlung angeben wir halten bitcoin und drücken wir auf weiter wir geben unsere bitcoin adresse an dann gibt jetzt beispielsweise die adresse hier in eurem wallet an receive copy des adress und hier noch hier rüber und dann auf receive und als ausgangs ist aber wenn ihr jetzt zum beispiel von hier wenn ihr jetzt hier drauf eure bitcoins habt dann könnt ihr dann eben dann auch noch mal dann diese selbe adresse angeben als rückzahlungsadresse weil sollte das mit dem bitcoin cash nicht richtig funktionieren oder sollten irgendwie nicht alle bitcoin cash verkauft worden sein dann werden die einfach wieder hier an zurück geschickt das werdet ihr dann nachher sehen wenn die transaktion erfolgreich war soll wir würden das jetzt tauschen drücken auf transaktion beginnen und dann macht shapeshift eine adresse fertig die steht hier oben so und dann können wir ganz einfach hier unten wieder über help einmal nach unten scrollen das ausklappen auf den grünen button klicken ja weiter so hier geben wir jetzt eine adresse an geben die dann da ein paste continue exodus will now check your wallet to find how much bitcoin cash you have dieser ganze prozess könnte bis zu zehn minuten dauern und dann wird hier durchgecheckt alles klar das war es dann eigentlich auch schon das dauert jetzt ein bisschen da sammelt ihr jetzt alle zusammen und dann schickt ja die bitcoin cash an diese adresse ihr könnt dann mindestens ihr müsst mindestens diesen betrag senden maximal könnt ihr diesen betrag senden je länger ihr wartet desto mehr zumindest macht sagt aus meiner eigenen erfahrung desto mehr könntet ihr in einem betrag hier senden dann wird das eingezahlt dann wird gewechselt und dann bekommt ihr beispielsweise den bitcoin betrag an bitcoin wieder ja null bitcoin cash habe ich jetzt hier drauf das habe ich jetzt nur zu demonstrationszwecken klar das kostet auch eine bitcoin cash gebühr das würde jetzt 0,0012 bitcoin cash kosten wenn ich das an diese adresse hier schicke und dieser prozess ist nicht reversibel und könnte ein bis zwei stunden dauern um bestätigt zu werden so hier würde dann jetzt weiß ich nicht wenn jetzt 1,5 bitcoin hat bitcoin cash habt dann würde da 1,5 bitcoin cash stehen dann einfach auf send drücken und dann würde das alles gut gehen ihr würdet den error nicht bekommen ich habe jetzt den error weil ich hier keine bitcoin cash drauf habe und das war es auch schon eine anmerkung noch das dauert gerade wirklich lange im bitcoin cash netzwerk ich war vorhin auf bittrex da hat die letzte der letzte blog wurde da also ich habe mich eingeloggt und der letzte blog wurde dann da vor 104 minuten geschürft also nicht die ich sage jetzt mal regelmäßigen zehn minuten die wir bei bitcoin haben zehn minuten sind dann eine bestätigung ein blog wird geschürft dann ist die zahlung bestätigt einmal zweimal dreimal das haben wir bei bitcoin cash nicht also hier nehmt ein bisschen zeit mit das kann wirklich lange dauern ich warte gerade auch noch auf einige transaktionen die ich gerade heute mittag um drei uhr losgeschickt habe und auf reddit waren auch leute die gesagt haben ich habe einen ganzen tag auf eine transaktion gewartet ja das war es auch schon so einfach ist das schreibt einen kommentar unten wenn ihr dieses video informativ gefunden habt oder wenn ihr probleme hattet wir sind immer hilfreich und helfen euch wenn da irgendwas schief gelaufen ist bitte zu echo wir sehen uns im nächsten video